Yo guys, what's up the blue gangsta is back with another part, with the actual third part, ich werde dir jetzt immer ansagen, dann ist es für mich besser auch zu sortieren, of Final Fantasy XIII Dodo. Ich habe eigentlich nicht vieles zu sagen, denn da vorne wartet auf uns was großes und ich habe schon in den letzten Parts zu viel geschwitzt. Lasst uns hier jetzt einfach weiter machen, denn ich will selbst auch weiterkommen, yeah! Okay, das war jetzt etwas zu harsch, aber fuck it, Cybertrohe liegt da, macht nix, was ich... Mirage. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Wie sind diese Pläne so schnell? Ich verstehe. Es muss sein, dass es ein Stück von Unstable Time oder so. Es ist ein mehr Phänomen meteorites. Du hast es richtig. Oh, look at this stuff. Ever since that rock came down, we've been seeing all kinds of aberrations. Du hast eine Idee, was passiert? Ich bin ja nicht so schnell. Ich bin ja nicht so schnell. Einige Pläne haben sich übernommen, aber andere Pläne haben überhaupt nicht verändert. Also, diese Pläne sind aus verschiedenen Zeitlinien. Die Realität blendend zusammen, wie zwei Ängen überlaufen. Ist das richtig? Genau. Es ist genau so. Okay. Seit dem Meteoritenanschlag kommt es zur Realitätsverschiebung. Mac weiß sicher mehr. Wo kommt der Mokrier? Wie als... Psst. Was hast du... Hast du auch keine Erklärung? Wo kommt der Meteorit? Wo kommen die Monster her? Ja? Sind diese Kreaturen auch aus anderen Welt? Ja? Das ist das, was ich versuche zu finden. Ich denke, es ist sicher, zu sagen, dass sie von anderen Welt sind. Ich meine, du hast noch nichts wie sie rundherum gesehen, oder? Mann, ich kann das nicht glauben. Nein, einfach nur eine Line gedroppt und fertig. Ich wusste doch, dass wir da runter müssen. Da! Ja! Hm. Cuckoo. In front of the outfit. What? Cuckoo is gone. What? 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 Das ist das ist. Was? 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 Eine Hand. Da eine Kampfstrategie ist die Situation flexibel auszurechnen und den Schlüssel zum sicheren Sieg. Wollt ihr Gegner beispielsweise zu sicheren Vernichtungen gegenschlagen und zu den Ratsamen im bottom? Haher? Wheel of the outfit. Wozu es sind? Ichята mich? Das ist doch so sehr. Nein. Ich hoffe. Die sehen? Porsche hat es sollen verstanden. Das geht nicht. Warum? Mein tag könnte. Was gefallen denn? der jetzt nicht zu sein dürfte er auch nicht sonst wird es ja ein bisschen unfair wie lange braucht ihr noch mal auf 120 prozent zu kommen okay noch sechs angriffe ungefähr dank nur noch fünf oder so nur noch ein angriff kommen sehr schön bevor er was gemacht hat und jetzt auf die fresse alter hier oder noch einmal angreifen kümmern das war 100 pro keine 5 stars doch 5 stars obwohl wir so viel kassiert haben neues fragment das sind die dinger von denen ich geredet habe hier könnt ihr euch das noch mal vorlesen die könnte auch gern stoppen ich mach das nicht 160 Stück fuck the way Final Fantasy hatte schon immer so ein item fetisch 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 5 5 6 Gibt's was Neues? Nein. Okay, fuck it. Ich frage mich, wann das Level-System kommt. Wartet mal hier. Ist doch irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. Oder war das in einer anderen Timeline? Ah. Es kommt erst viel später. Ja. Jetzt check ich's. Deswegen, ja, das müsst ihr beziehungsweise sollt ihr noch gar nicht wissen. Mir ist gerade nur was eingefallen. Das kommt erst später. Was ist das? Was ist der Ort? No, du, 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 du? Ja. Warte. Was ist mit Cocoon? Es ist nicht da. Du bist auf eine andere Zeit. Das ist der Welt, in dem ich komme. In meinem Welt, Cocoon nicht existiert. Als ich geboren habe, der Meer war bereits leer. Sag mir, wie viele Jahre ist es, seit Ragnarok erneut und Cocoon erneut? Es ist 3.00 Uhr. Also, das war drei Jahre vor. Für mich, das alles passiert 700 Jahre in der Vergangenheit. Ich bin geboren und geboren in eine andere Zeit. 700 Jahre in der Zukunft. Ja, ich wusste. Ich wusste, dass du nicht aus dieser Welt bist. Ich bin der letzte Menschheit. Hey! Sarah, ich kann dich da. Wir können die Lichtern zusammen finden. Ich weiß, dass sie dich will. Du bist voll! Ja, das ist unmöglich. Die Lichtern ist weg, Mann. Kadell. Noel. Sie wissen, wo meine Freundin ist? Komm mit mir. Was ist passiert? Was ist passiert? Du siehst? Es ist eine Zeitung. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist wie ein Portal. Die Lichtern ist in einem Ort. Die Lichtern ist in einem Ort. Sie ist auf der anderen Seite. Ich kann mich nicht auf die Augen schenken. Ich wusste, dass die Antwort auf die Seite ist. Die Antwort auf meine Gefühle und die Geheimnisse. Es ist die Wahrheit. Die Welt der Gnoll war ein schlechtes Ort, wo Cocoon nicht existierte. Er hat zurückgekehrt in Zeit, um zu verändern, um zu verändern. Oder so hat er uns gesagt. Hör, wenn verschiedene Ärenden überlebt, all kinds of verrückte Dinge passiert. Objekte von verschiedenen Zeiten werden verabschiedet. Wenn du eine Tür öffnest und durch die Zeit verabschiedst, musst du einen dieser Objekte finden. Sie sind Artifacts. Artifacts? The keys to the future. They're anachronisms. Relics of a different world. Basically, things that don't belong in your time. If we can find one, we might be able to use it to open the gate. Then we could cross time and travel to Lightning's world. Could Gnoll be telling the truth? Beyond that gate, in a place called Valhalla, is Lightning alive and waiting for me? Can I dare to hope again? After all this time? Oh, how I want to believe. I want my sister back. So much happened the night the meteorite fell. We all had a lot to think about. I wonder if anyone slept. Good morning. 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 worden ich zeig euch was ich damit meine ja wir steigen als verheer hoch ihr müsst eigentlich nur auf das drücken was ihr haben wollt ihr müsst hier nicht mehr x drücken und halten sondern ihr entscheidet selbst so ich glaube bis level 10 geht ja nichts 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 so das gleiche mit no den benutzen wir aber als breaker und schon sind wir um einige stärke geworden so und jetzt paradigmen endlich manuell wir fangen mit verheerer an zweites haben wir breaker breaker drittes verheerer breaker und dann nehmen wir noch brecher verteidiger verheerer verteidiger und zum schluss weil wir noch kein leiten heiler verteidiger verteidiger sehr schön all right um ja gut mehr brauchen wir gerade nicht und weiter geht's was lieber oder wie man ihn wurde verletzt als sie mich gestern rettete heute morgen sieht sie wieder gesund aus was sage ich ihr tut mir leid wegen gestern guten morgen kippo ein schön guten morgen guten morgen tut mir leid wegen gestern ein schönes Hey, do we have to go through this again? I told you. We look out for each other. I won't tell Snow. No, we'll be our little secret. Hey, it's not like that. Yeah. Nee, it's on a shit. So, you're just taking him at his word? He says he's from the future, but where's the proof? I guess you're right. It's just hard after I had that dream about lightning. You know what I mean? Why don't I dip up? Hmm. If I said I was going with him, would you stop me? Let you run off with some con artist? I'd beat him half to death first. So, a fish. But Snow wäre vielleicht... ok, not quite, but... Let's meet outside, once you're ready. Okay? Uh, what do we need to do? Sarah, wait up for me. All this talk about artifacts and gates and time travel... To be honest, I don't know if I'm ready to believe it. Sarah, there's still so much I don't understand myself. If we can actually find an artifact, then I'll know what I've been saying is true. And once we open the gate, you'll be able to put some of your doubts to rest as well. So, what do you think? Will you search for the answers with me? Give me a chance and I'll prove that it's true. So, so, jetzt können wir rumlaufen mit dem, so. Und sobald da was anfängt, so, und jetzt sind die Wege auch ein bisschen freier, komisch zu leuchten. But that's just a cat. Oh, and it's with the one we keep at Nora's house. So. Hm. Wohin will der? Kubo. Oder das oder die. Keine Ahnung, wie man das pronunct. The hell we doing? Wo ist... Wie komm ich da jetzt weiter? Oh. In's Wasser! Kubo? Mit X. Damn you! Geht doch. The artifact isn't here, huh? Snow. Kubo? Oh, yeah, she's my pet. Kubo? Huge found her and brought her home. Hey, I don't see why not. I think we should keep her, too. Just as long as she doesn't make a mess in my workshop. Hey, girl. Are you sure you can look after her? Can't we all do it? I mean, we are one big family, right? Yeah, right. Mackie'll do it. You, too. Meow. Hehehe. Thanks. She's adorable. I thought I could hide it from them, but they knew. They saw right through me. I lost lightning, and then snow. But those guys, they really tried to cheer me up. Aww. Aww. So it hasn't been all bad. No, not at all. Life is harder here compared to Back on Cocoon. But everyone sticks together. Even in the tough times, we have each other. That helps. Those friends of yours are like family, aren't they? Yeah. Noll bemerkt, dass deine Freunde wie eine Familie geworden sind. Wie antwortest du darauf? Hat sie doch eigentlich schon. Die Katze ist meine Familie. Okay, wir haben genug über Lightning geredet. Uns juckt nicht, was Noll machen will. Und die Katze heißt Snow, also nehme ich Snow. Aber ohne Snow, ich fühle mich immer so lonely wie möglich. Auch mit all diesen Freundinnen rundherum. Du und Snow wollen das gleiche. Ich bin sicher, dass wir uns wieder finden. Und das ist jetzt schon besser. Und das ist schon besser gewesen. Ach so. Ach so. Ach so, ich bin jetzt hier. Ach so. 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 No one knows. Only that it's something that doesn't belong in this time. Did someone in the future tell you about gates and artifacts? Yeah, but now all I have is memories. I wish I thought to ask more questions while I had the chance. These disturbances are all happening in the area around the impact site. I'd say our best bet is to search on the town. Der hat mehrere Antworten gleichzeitig gegeben, also... Fuck it. Lasst uns suchen! The most reacting to the kids. Yeah, I don't think he's just looking for planets. X-Nicht-Kreis, Digga. Good morning! These are my students. I teach their classes. A schoolteacher, huh? Right! I'm so glad you're all safe. Yeah. Now, did everyone do their homework? I did mine. Because why didn't you let me get mad at me like the last time? Seems like you'd be soft on kids, but you're pretty strict, huh? Hey. Lady Miss Ferris! Not that bad. Lady Miss Ferris! No, come on! You know, I'm only strict, because my teacher was strict. Lightning must have rubbed off on me. Oh. My grandmother was a teacher, too. She taught me everything I know. She taught me about Grand Pulse and its history. Nulls Großmutter war auch eine seiner Lehrerin. Was möchtest du fragen? Eigentlich gar nichts. Wichtigst du zurück nach Hause? Weißt du, was als nächstes geschieht? Wie war sie so? Bist du wirklich aus der Zukunft? Möchtest du zurück nach Hause? Wolltest du zurück nach Hause gehen? Selbst wenn ich so mache, gibt es niemanden für mich. Außerdem weiß ich nicht, ob es möglich ist. Also, was sollst du machen? Ich bin nicht sicher. Nein, um 잠깐 zu befinden. Ich wollte dich überlegen. Ich wusste, meine Augen wollen doch 신örperm penseren. Das ist Macky! Ich sollte hier rauskommen! Äh, such das Artefakt, das machen wir doch. Lightning's Messer. Lightning's Knife, ich sie in meinem Büro, aber wie es hier rauskam? Hey, schau mal da. Snow! Sarah! Daddy! Daddy! Come on. Es ist Ihr Knife. Ich habe es in der Basis des Pillar. Okay. Snow! Sarah, I'm sorry. Sie muss in der Basis des Pillar. Lightning's holding up Cocoon. Along with the Nail of Light. Wait! What are you talking about? She was right here a second ago. I saw her. I saw her. She gave us her blessing. I won't forget that moment. Lightning was happy. Happy that Snow and I were getting married. She laughed. She laughed. And said congrats. Sure. But then, all of a sudden, lightning disappeared. She was gone. Like she was never there to begin with. No one else remembered her smiling and laughing. No one but me. All your friends think your sister is inside that pillar. I was scared. People said I was dreaming. They said... They said I was just making up stories so that I didn't have to face the truth. Listen, Sarah. Your memories are the truth. Lightning is alive. The question is why are you the only one who remembers? Why are you the only ones who are starting to think about? Why are the others not? Because Sarah was a different future. It was a dream. Because she changed the story. It was a dream. Because she changed everything. And because it is a Universe from lightning. One, two, three or four. Ta... ta... ta.... ta.... Bah. Well... es ist in den Memories die Striebe ist der dritte kurz das passend nicht verstehen nicht so klinischen mit dem Wort ich will das auf der Fakten finden der Falka am Kauern das das auch so hinter mir alles für Was? Der war schon auf 130 und wir haben's verkackt. Ja, ich muss da was umstellen, weil wenn wir beide auch 4 heroes sind, dann bleibt das nicht lange so. Und da kriegen wir auch sicherlich keine 5 Stars. Da muss ich zwei Paradigmen wechseln. Ja, war klar. Das machen wir jetzt schnell. Äh, falscher Knopf. Paradigmen manuell. Ähm, Verheererbrecher. Sehr gut. So. Ähm, Jump. So, was ist da hinten? Hört ihr auch diese Cybertron im Hintergrund? Diese Remix von 0 auf 100. Klein-tumm-viecher. Das war's. 5 Stars in your face, what? Kupo! Kupo! Oh man! Sag doch! Karte neowborde mal halten. Wir haben jetzt die komplette Karte! Giffen Schatzportal gelesen, der mockere Gefährte blablabla Erkundete... Okay Wohlan... Kubo Wohlan Kubo Ich weiß, ich mach genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte Funk geht So Ja, er musste auch nicht gegen Monster kämpfen Der Junge verbirgt etwas, finde ich am besten heraus, was es ist Ich spendiere dir ein Jahr lang... Dein Mittagessen Nein Es reicht, sprich sofort Nein Sprich ruhig offen zu mir, ich werde nicht schimpfen Jünger Mann, was das für uns denn... Ex Ich weiß, du sagst, du wirst mich nicht schimpfen, aber ich kann dir nicht schimpfen, ich will nicht schimpfen Der Junge versucht, zu weg von Mackie zu gehen Ich bete dir alles, dass du nicht gut bist Das ist nochmal für so... vielleicht... Okay Schimpf macht mir auch keinen Spaß Warum bist du von Mackie gegangen, du willst sprechen wenn... öh... Ehm... Du bist bekannten... Sie sind weg von Mackie und ich bin... Du hast du etwas anderes, wie du wolltest... … ist assig? ist wir sind nennen so ist es noch ein Versuchungen für Lechte Schimpf macht mir auch kein Spaß nichts meistens ein Hm. Hm. Oh. Hey, wait! What? What was he doing with this anyway? That belongs to Mackie, doesn't it? No, it's mine. It's a reminder of a promise a good friend made me. Sarah, I believe you. Your sister's alive. She's out there somewhere. Thank you, Snow. Here, you hang onto this for a while. When I come back, it'll be with lightning. Then there's no way she can say no to us getting married. Okay. Okay. And that was the last time I saw Snow. The memories I had of lightning standing on the plain beneath Kaku. He was the only one who believed. Believed them enough to do something. That's why I've been waiting here. And doing nothing, right? Lightning and Snow are long gone, but you still sit here and wait. Why didn't you go after them? I wanted to go. I wish I had. I wish I had. It's not too late. It's not too late. You can leave now if that's what you really want. I know, but I just can't. I'm sorry. I shouldn't pressure you. I'm sorry, but we can't let you through. We have a dangerous situation on our hands. Und so sieht's aus. We can't let you through because wir werden uns im nächsten Part sehen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich, ähm, wie gesagt, ich versuch so schnell wie möglich den nächsten Part zu machen. Ich bin hyped as hell. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei. Ich hab keinen Plan, was mit meinem Mikrofon los ist. Ich kann's einfach nicht leiser stellen, obwohl ich's am PC angeschlossen hab, am Headset und am PC leiser gemacht hab. Es ist trotzdem noch assi laut. Egal, das werd ich irgendwie noch hinkriegen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Part. The Blue Gangs is out. Peace, YouTube. Word.